Hi Leute, da sind wir wieder bei South Park. Gar nicht erst unterbrochen und weiter geht's. Quack! Verdammt, du, Quack! Endlich haben wir Quack. Danke, dass du mich auskommst. Wer bist du? Was ist dein Name? Oh, gut. Ich gehe nach Kupakee. Bis zum nächsten Mal. Natürlich ein Kitzler. Naja, ist immer noch so. Blumenkohl, hm. So, die Waffe. Ja, okay, die ist schon viel besser. Dann werden wir doch mal die ändern. Ich gehe mal wieder an. Fügt bei perfekten Anrufen. Äh... Was wollen wir auf der Keule haben? Ja, komm. Auf der Keule machen wir die Glarschere. Arakete. Oh ja, den nehme ich. So einen da, da kann ich auch was drauf. Ne, warte, wir machen das anders. Wir machen das anders. Hier mache ich den Elektrostab drauf. Und hier mache ich die Glarschere mal ein. Genau. Ach, das geht mit meinen Sachen. Mhm, okay. Wusste ich gar nicht. Naja, Fähigkeiten wollten wir gucken. Perfekte Durchführung verursacht verringene Abwehr bei allen Feinden. Betäubt sie... Ja, nö, Rabolen. Ja. Oh, das ist auch Stumpfen. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Nein. Okay. Okay. thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief, that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called Douchebag. New kid, I hereby dubbed thee, Sir Douchebag. Congratulations. Tja. Danke, Leute. Es ist Zeit für uns zu retten, das, was uns rechtlich ist. Ein Carrier-Raven ist gekommen, dass die Wahrheit noch nicht in die Elvene ist. Es ist in der Besetzung von... ... der Bard. Der Bard? Oh Gott, nicht der Bard! Der Bard ist ein Level-10-Drow-Elf, der kann die Magik nutzen, um ihn zu schützen, um ihn zu schützen, ihn zu schützen. Sind Sie bereit für Ihre Training? Dann mach dich auf die Training grounds. Okay, und wir haben... mal wieder neue Sachen bekommen. Plus... Also, vorher hatten wir Assassinen-Robo. Mehr Geld. Plus die Fähigkeitsschaden nach Ampel. Okay, die ist geiler. Die behalten wir. Ähm... Fiegt Einrüstung dazu. Ich hatte die Paladin. Ja, ich bin die Paladine besser. Ja, hier haben wir helle Brachte des Kriegers. Du hast Angriff in der Hand. Ne, ich glaube, hier im... Ne, doch nicht. Ich dachte, ich nehme Colle der Heilung. Doch, ich nehme Colle der Heilung. Genau. Jo. Ich werde dir zeigen, wie man einen Rang-Magik-Attack benutzt. Es ist nicht einfach. Aber wenn man mit einem Spell mit einem Spell ausführen kann, dann kann ich dich in der Krieg schützen. Lass mich das demonstrieren. Ja! Ich zeige dir noch mal. Schau dir kurz. Okay, AC wieder. Ja! Siehst du, wie es funktioniert? Jetzt probierst du es. Weg nach von wo du standest. Schau dir die Magik. Schau dir das zu deinem Spell. So. Jetzt schauen wir, wie du dich gegen einen realen Spell ausführen kannst. Hey! Hey, Malkinson! Malkinson, kannst du in die Arbeit kommen? Ich muss nicht das machen. Ich muss das machen. Ja? Oh, hey, Scott. Kannst du, äh, spart mit dem Schrauben kurz? Er wird versuchen eine neue Bewegung. Ich bin Gott! Ich bin Gott! Jetzt schau dir das jetzt! Haha! Scheiße! Ich bin Gott! 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 Okay. Wir müssen ihn finden, bevor er den Stick zurückkommt. Lass uns das Boot finden und bringe ihn zur Justice! Mach Haste zum Giggling-Donkey! Stickbag, du solltest nicht mehr halten, ich stehe zurück hier. Du hast die Basis. Du nimmst es, wir werden es verkaufen. Klinge. Die! Ach, die sind... Die ist echt geil. Kaufen. So. Fügt 8 Rüstungen zu und schwächtfeindliche Angriffe. Ja, die nehm ich. So. Ne, ich mach's dir wieder. Er wird schwarz. Ne, ich mach's dir wieder. So. Wo muss ich hin? Das guck ich jetzt erst mal. Hier ist es. Der Ende des Giggling-Donkey. Halidin, hast du sicher, dass der Bart in da ist? Das ist was die Twitter sagt. Entschuldigung, das sagt der Carrier-Raven. Entschuldigung, das sagt der Carrier-Raven. Geht oder? Pike und Token, guck und wiederbren. Butter, Skinny, SirDouchbag? Ja, gehen wir jetzt hin. Herr, Geht oder? Beim Moment, SirDouchbag. Der Ende des Giggling-Donke radio besitzt die Habe der Zeran von den Zeran. Ein Glas zu Meadle-Win, bitte? Kein Meadle-Win, nur Farie Ale. Also Farie Ale. Ein Prat von Farie Ale, dann. Also, es hätte jemanden gesehen der Bart lately? Ja, wils habe mir viele Zeran gesehen. Ha, 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 ha. Okay. Oh jeezus, it's the Bard! Prepare for battle, Wreaklings! Elves, fall in! Doucebag, it's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 boss, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant... 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 Was? Wie? Wie bitte? Wie? Was? Bitte nochmal? Ich verstehe nicht ganz. Er kommt mir sehr gut. Ist okay. Ich wollte sie nicht schlippen. Ja mal gucken erstmal hier. Wie das hier war. Ah so! Okay! Oh, erst mal hier. Oh, erstmal hier. ok der Text ist auch nicht schlecht ne 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 ich bin ja mit der Keule ich habe eine neue Lange, die sie aufgett hat die von Stoneberry, die auch deine Mutter so was meine Hits, meine Hits Um... Ah, der Wiederbelebungsdruck. So. Wow, what a butt-kicking. Well, that's what you get from being mean to people. Ich loote aber ganz schön. Get down there and finish them off. I will protect this stick of truth. 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 Hey, that hurt! Fuck, but that's... Oh, oh. Oh. Er war ja Kunterhaltung. I will protect this stick of truth. I will protect this stick of truth. Oh, it's cold. Awesome! Scheiße, ich glaube, ich muss es tun. Und vernichte sie. Oh. 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 Ich hoffe, wir haben es nicht zu gut gehört. Wtf... ...war... ...das? Schön, dass die Leitung... Einfach durchdrehen, geht das? Ach, da! Ich weiß nicht, Kräck. Ja, ich weiß nicht, Kräck. Ich habe die Leitung, aber ich brauche deine Kommandante. Das ist wie das Spiel funktioniert. Ach so. Genau. Okay. Okay. Was? Ein... Wir müssen sie helfen. Wir müssen sie helfen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wir müssen sie helfen. Ich bin... ...due. Oh Oh, nicht weinen, Butters. Wer für Butters? Jetzt mache ich ihn ja weg. Scheiße. Du bist meine jetzt! Ah! Ah! Oh! Suck it! Ah! Ah! Scheiße! Nein! Nein! Verloren! Ja, weiter. Bitch! Goddammit! I saw it move! Keep beating off! That is better! Alps are better! Say it! I'm not dead, you can't loot me yet. Hey! It's a good day to die! Uh, for you, that is. Wait, I should get an an oh- It's a good day to die! Oh, it's on! So, there it's- Ja Oh, ich will mit dem Buffs ältert Ja Ja Scheiße komisch Ich, ich krieg das nicht hin, wenn er... Nein! Fuck. Das ist echt nicht so einfach. Komm schon. Erstmal wieder eine Furzgranate. So. So. Erstmal einen da hinten, oder? Vum. So. 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 Erstmal ihn dahinten Bumm, der erste ist schon mal tot Der zweite ist auch schon mal tot Bissung, der erste ist Bissung, der erste ist Oh, fuck. Was spricht hier noch an mit der Keule? Vielleicht, ja, Watt, das macht's. Ja, einfach ein Raufhau. Komm. Ja, sie ist nur gepackt. Ach so, ja. Jetzt hier. So ungefähr. Keiner macht Kabel einfach so. Ich bin der Sonnbein. Pick up a new kid while I go upstairs and make contact with the King of Hell. You're not getting popped up, fucker. We should give this in a really mean online review after we're done killing him. Use your magic on the front door, Deucebag. Hey, open the door. Somebody get open the door, you guys. Use your magic on the front door, Deucebag. Hmm. Use your magic on the front door, Deucebag. That's cheating. Hey. Maybe with the Furz-Kanate? Use your magic on the front door, Deucebag. Hey. Hey, open the door. What? What? What about you, Batas? Maybe I should do it. Somebody get open the door, Deucebag. Use your magic on the front door, Deucebag. Dude, you should be a kid. Hey. Hey. Hey Hey. I'm supposed to use my magie a new way. Okay. To the KKK. Come on, quick. It's too strong, man. We'll get you in the way. Das ist ein Fight, wo ich nicht weiß, ob ich den packe. Das ist ein Fight, wo ich nicht weiß, ob ich ihn nicht weiß, ob ich ihn nicht weiß, ob ich ihn nicht weiß. Hm. 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 Das ist echt scheiße. Was? Was? Mein Gott. Was? Okay, den Kampf habe ich auf dem Kopf verloren. Das ist echt... Was? 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 Ich weiß nicht, wie ich an denen vorbei soll. Was? 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 Das war der perfekte Schrauben die ich gesehen habe. Ich muss auch den heiligen Tackle. Scheiße. Scheiße! I can't help it! Buy the hammer of fetish! I just... It wouldn't be in if it works! Headset! That can't hurt! ha 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 ha! So... So, er ist schon mal weg. Und jetzt kriegt er noch einen. So... Komm schon, das kann ich packen, Alter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schöner Knochenbrecher. Er ist schon fertig. Wo ist der König? Er ist jemals los. Er ist schlecht verletzt. Gut, meine Medizin-Skills sind plus 4. Wir werden den Wizarden verletzen. Ihr seht euch auf. Keine Hörung, Fagg. Das wird nur rastet. Wir brauchen den prinzess! Wait a minute, listen! They're raping the princess right now! We have to bust it! He's keeping a prisoner! You'll pay for that! Das war's für heute. Okay. So. Das war's für heute. So Leute, und diesen Weg, werdet ihr dann das nächste Mal sehen. Bis dann, tschüss.